Willkommen zu einem neuen Video. Heute im Test die Happy Fountain von Pyrofactory NEM. 20 Gramm heißt 5 Stück pro Teil und die soll ja eine übelste Ausbruchshöhe haben. Beziehungsweise die sollen ganz schön kurz sein. Wir fangen mal an mit der gelben. Wir fahren natürlich jetzt Autos. Hier war so eine Veranstaltung. Naja, heute aber mal im Test mit einem normalen Feuerzeug. Ich muss mir morgen einen neuen Brenner holen. Wir fangen mal an mit den gelben. Mal gucken, ob wir den richtig hinschnecken. Schön Flamme. Mal gucken. Ja, schön gelb und blau. Aber sehr kurz. Die waren ja noch kürzer als die aus dem Bino Hirobek. So, dann machen wir jetzt mal den blauen. Der war schon mal besser. So, dann machen wir jetzt mal den roten. Ja, grün, silber und rot. Ja, war auch schön. Für 5 Gramm ist das ganz schön ordentlich. Und zum guter Schluss noch den Lilan. Ja, der ist rot-gold. Da hat er noch Silber dabei. Der war ein bisschen kürzer. Danke fürs Zusehen. Danke fürs Ziel. Tot auch. Vielen Dank.